Wie funktioniert das System für ein Facial Detection System? Wie funktioniert das System für ein Facial Detection? Passt das System darauf an, dass es das Ergebnis rausgibt, was man sich wünscht? Das heißt, wenn man ein Bild reinsteckt, bei dem man weiß, da ist ein Gesicht drauf, dann passt man das System so an, dass es dieses Gesicht auch quasi erkennt in den statistischen Gleichungen. Das macht man sehr, sehr oft, Millionen mal, 10 Millionen mal, 100 Millionen mal. Wenn man das dann trainiert hat, das fertige Netzwerk, kann man es auf beliebige Bilder anwenden und in diesen Bildern dann halt beliebige Gesichter finden. Aber diese Gesichtsfindung ist halt nicht immer binär. Es ist nicht immer einfach zu sagen, ja oder nein, sondern weil dieses Netzwerk statistisch operiert, gibt es eine Wahrscheinlichkeit an. Wie wahrscheinlich ein bestimmtes Objekt, was es gefunden hat, ein Gesicht sein könnte. Das drückt aus, wie sicher das System quasi ist in dem, was es sagt. Wenn es sagt, es ist zu 95 Prozent ein Gesicht, dann ist es sehr, sehr sicher, ein Gesicht gefunden zu haben. Wenn es sagt, es ist zu 50 Prozent ein Gesicht, dann ist es sehr, sehr unsicher, ob es ein Gesicht gefunden hat. Du hast gerade in dem Experiment mit diesem System ein bisschen gespielt und hast Dinge verändert. Dir wurden vielleicht auch Hinweise gegeben, was man machen kann. Dir sind auch selber Sachen eingefallen, wie du dein Gesicht vielleicht verändern kannst, um zu sehen, wie dieses System überhaupt funktioniert. Warum verändert es seine Erkennung eigentlich? Warum kann es sich nicht merken, dass es dich erkannt hat und weiß die ganze Zeit, wo du bist? Nun, dieses System arbeitet erstens immer nur auf Einzelbildern und hat also quasi kein Gedächtnis, sodass es quasi dich verfolgen kann. Und auf der anderen Seite ist es, wie wir vorhin schon gesagt haben, ein statistisches System. Und das hat halt bestimmte Strukturen gelernt, wie Gesichter aussehen. Zum Beispiel geht es davon aus, dass man zwei Augen hat oder eine Nase oder ein Mund irgendwie sichtbar ist. Und sobald du in dieses statistische System aus Gleichungen eingreifst, zum Beispiel deinen Mund abdeckst oder deine Nase verdeckst oder ein Auge zumachst, kann es halt sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es glaubt, dass es noch ein Gesicht bei dir gefunden hat, unter einem gewissen Schwellwert sinkt und dann sagt, nee, okay, das ist wahrscheinlich kein Gesicht und dann verschwindet halt quasi dieser Kreis oder dann verschwindet die Erkennung. Diese Systeme sind halt immer nur so gut wie die Daten, die man reingesteckt hat. Und je nachdem, was du halt tust und je nachdem, wie stark du von dem Trainingsdatensatz abweichst, so größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das System eben nicht mehr begreift, dass dein Gesicht ein Gesicht ist, auch wenn jeder Mensch natürlich sofort erkennen würde, dass das ein Gesicht ist. Was ist Facial Detection Systeme? Facial Detection Systeme werden heute in ganz vielen Systemen, mit denen wir jeden Tag interagieren, eingesetzt. Zum Beispiel, wenn wir eine digitale Fotokamera haben, dann sind da Facial Detection Systeme eingebaut, um in dem Foto, was ich gerade versuche aufzunehmen, zu erkennen, sind da Gesichter, sind die Gesichter vielleicht scharf oder unscharf, hat jemand die Augen offen oder geschlossen, um mir einfach zu erlauben, ein möglichst gutes Bild aufzunehmen. Man setzt die auch ein für so Interaktionsstationen, wo Personen an ein Gerät rantreten, an einem Bildschirm zum Beispiel, und ich automatisch erkenne, okay, jemand guckt auf den Bildschirm, jetzt aktiviert sich der Bildschirm und niemand muss einen Knopf drücken und kriegt vielleicht direkt den Hilfetext, den er oder sie braucht, um mit diesem System sinnvoll zu interagieren. Weil diese Facial Detection Systeme aber wirklich nur erkennen, ob da irgendein Gesicht ist und nicht wessen Gesicht da ist und irgendwie auch nichts über die Personen wissen, sind sie natürlich weit weniger problematisch als biometrische Systeme, wie wir sie im zweiten Experiment uns angucken werden. Vielen Dank.